hallo ihr lieben ich zeige euch heute mein xxl art journal das ist ein anfang also das ist noch nicht fertig aber schon ziemlich also man kann da einfach noch weiter rein arbeiten es ist fertig gebunden die seiten sind soweit fertig aber es kann noch ausgearbeitet werden und ich zeige es euch jetzt einfach auf die schnelle und blätter das mit euch zusammen durch ja und freue mich wenn es euch gefallen hat dann lasst mir gerne einen daumen da und ein abo und ich werde immer wieder noch weiter auch art journals weiterhin zeigen und auch wie das noch weiter ausgestaltet wird das ist jetzt wie gesagt mal ein anfang das ist sehr sehr groß das ist ein xxl journal ich kann euch die maße mal das ist die na 3 moment wo ist mein mess ding also das hat 38 cm x 29 cm im geschlossenen zustand wenn es offen ist ist es natürlich dann die doppelte breite ja habt spaß und ich wünsche euch was bis dann ciao Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018